Guten Morgen und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Lass uns direkt starten. By the way, wenn du noch nicht abonniert bist, gerne tun, gerne machen. Den Freitag starten wir mit roten Zahlen. Okay, der Kryptomarkt reagiert negativ, aber eigentlich haben wir doch relativ positive Signale. Denn auch BlackRock, der CEO, hat nämlich Bitcoin als digitales Gold betitelt. Und das war für viele da draußen, für viele Krypto-Communities der Ritterschlag auf Bitcoin. Und an diesem Punkt reagierte natürlich auch Bitcoin überaus bullisch. Schauen wir uns das Ganze mal hier an. Aber jetzt mittlerweile geht es in eine negative Richtung einher. Das hat sicherlich seine Gründe, aber dazu kommen wir noch. Gucken wir uns die einzelnen Schrimps an. Die Schrimps, also die Leute, die weniger als ein Bitcoin haben. Leute, das hat mich tatsächlich zum Staunen gebracht, haben monatlich mehr als 25.000 Bitcoins. Das bedeutet, dass die einzelnen Schrimps Bitcoin akkumulieren, egal zu welchem Preis. Und die Schrimps, sie verkaufen nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Sache, denn damit wird die Dominanz aus den Wahlen herausgezogen und natürlich auf die breite Masse mit kleineren Bags auch aufgezeilt. Doch tauchen wir in die Welt der Future-Märkte ein und da sehen wir zwei Dinge. Ich habe immer wieder auf meinem Kanal predicted, wir haben gerade die Bitcoin-Season. Die Bitcoin-Season läuft, sie ist im vollen Gange noch nicht in der Alt-Coin-Season. Aber wenn ich mir den Future-Markt anschaue, dann stechen zwei Coins hervor. Natürlich Bitcoin und natürlich Solana. Hätte ich ja beim besten Willen nicht gedacht, denn Solana ist so verdammt schnell gefallen. Und Solana kommt so schnell auch wieder. Und das ist eine verdammt interessante Sache. Zwar die Daten und die Charts nicht vorliegen, aber auch im DeFi-Space zeigt Solana eine hervorragende Performance an dieser Stelle. Gucken wir auf das Problemkent BNB. Ich habe schon auf meinem Kanal in der Vergangenheit oft gesagt, ich werde nicht in BNB investieren, außer ich muss. Aber ich werde generell die Finger davon lassen. Warum? Weil BNB eine sehr, sehr enge Korrelation zu Schengpeng-Sau eben doch hat. Und wir haben jetzt diese Nachricht heute gelesen, beziehungsweise gestern gelesen. Binance steckt in einer Krise, denn viele aus dem Management-Ebene im C-Level-Bereich kündigen Binance jetzt. Und sie gehen nach und nach raus. Ob es der CSO ist oder letztlich auch der Compliance-Chef, alle gehen sie weg. Und damit geht es natürlich auch eine negative Publicity einher. Denn Binance steht hier auch unter Druck. Und natürlich verlässt du das Schiff, wenn du als Unternehmen behördlich in die Untersuchung gerätst, im Fadenkreuz gerätst. Und bevor die ein oder anderen weiteren Punkte rauskommen, verlassen natürlich die Leute dann auch Binance. Das war in der Vergangenheit eigentlich immer der Fall. Wenn du Dreck am Stecken hast, dann gehst du einfach. Und das machen die Leute auch. Sicherlich haben sie auch Dreck am Stecken. Das ist aber erstmal eine Spekulation meinerseits. Aber trotzdem, insgesamt ist der Einfluss von Schengpeng-Sau, von den behördlichen Regulierungen, auf Binance in einer eher engen Korrelation zu BNB. Und deswegen lasse ich die Finger von Binance, weil sie in einer sehr, sehr engen Korrelation eben auch zu BNB und zu Schengpeng-Sau eben auch einhersteht. Kann natürlich positiv sein, kann aber auch, wie wir jetzt sehen, auch überaus negativ sein. Ich möchte euch an folgende Sache erinnern. Wenn der Preis von BNB 220 Dollar bekommt, dann wird nämlich eine Position von mehreren Millionen US-Dollar auch liquidiert. Insgesamt geht es um 204 Millionen Dollar, denn das baut nämlich auf einen, ja, auf einen Exploit im Venus-Protokoll. Und auch Peekschild hatte davor gewarnt, wir bewegen uns tatsächlich aktuell im Bereich 220 Dollar. Ich weiß nicht, was das hier für eine rote Candle ist. Der Preis war zwischenzeitlich bei 60 Dollar. Ob vielleicht, und das ist jetzt erstmal die Spekulation, die ich habe, ob vielleicht die Liquidierung bereits durch ist oder nicht. Oder ob das vielleicht, keine Ahnung, was das hier geböllende Ganze bedeutet. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Preis von BNB 750 Dollar betragen hat. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern? Schreib das gerne in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, ob das hier ein Fehler ist. Und ich kann euch jetzt nicht sagen, ob vielleicht Binance selber diesen Short Squeeze ausgelöst hat, um selbst das Ganze auszulösen, die Liquidierungen eben auch in Kraft treten zu lassen und selber mit Kaufposition dann auch den Binance-Preis zu stabilisieren. Keine Ahnung, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass die 220 Dollar auch ein sehr, sehr negatives Signal ist. Ja, natürlich auch heute ein Tipp meinerseits. Litecoin, schaut euch mal diese Preisentwicklung an. Es ist eine wunderbare Sache. Denn auch Litecoin übertrifft Bitcoin als meistgenutzte Kräfte-Währung auf BitPay. Und das ist in der Vergangenheit eigentlich immer der Fall gewesen, dass wenn Bitcoin in den Gebühren teuer war, dass Bitcoin quasi als, ja, wenn es ein Goldstandard ist, dann horten die Leute Bitcoin und nehmen eher Litecoin für Zahlungszwecke. Das heißt, Litecoin wird mehr genutzt als Bitcoin. Und das spiegelt sich natürlich auch im Preis wieder. Wir haben bald auch das Halfing, Freunde. Achtet darauf. Habt euch, seid auf was gefasst. Da wird sicherlich der Preis auch in den kommenden Wochen, Monaten überaus steigen. Positive Nachricht an dieser Stelle. Ich gehe natürlich wie immer long mit Litecoin. Und tauchen wir in einen Bereich ein, der für uns vielen unerkannt ist und unerschlossen ist. Aber das ist ein verdammt interessanter Bereich. Schauen wir uns den Meme-Coin-Markt und Sektor dazu mal an. Der Meme-Coin-Markt und der Meme-Coin-Sektor ist der Bereich, wo tatsächlich Millionäre geschaffen werden. Dann, ich erkläre das mal. Denn wir haben oft gehört, dass wir mit Pepe, mit Shiba Inu, mit Doge reich geworden sind. Und das sind Luftschlösser, die wir bauen. Diese Luftschlösser werden genutzt, diese Vorstellung darüber, dass ich in einen Coin investiere und dieser Coin dann komplett nuklear wird und ich dann finanziell abgesichert bin. Und da ist natürlich auch dieser Irrglaube, dass Geld die Probleme der Leute löst. Aber lassen wir das mal so stehen. Das ist nämlich der Meme-Coin-Markt und da werden die meisten Gains in Krypto erzielt. Punkt aus Ende. Und genau das ist der Grund, warum die Leute auch in Pepe investieren. Pepe 2.0, ein Paradebeispiel an Entwicklung, was wir jetzt gerade sehen. Eine Sache vorweg. Ich möchte natürlich an dieser Stelle Disclaim, denn ich könnte mir vorstellen, dass der Preis hier wie in einer Akkumulationsphase übergeht oder noch weiter tut es im Mund. Weiß man nicht. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass wir über Nacht in viele Börsenlistings bekommen haben. Maxi war eine der ersten Börsen, der Pepe 2.0 gelistet hat. Und auch ich habe natürlich mittels Maxi auch einen kleineren Betrag in Pepe 2.0 investiert, mittlerweile 2x und rausgezogen. 150 Dollar Gewinn. Punkt aus Ende. Ist für mich super. Trotzdem werden und gibt es viele Leute da draußen, die wesentlich mehr Geld investieren. Wenn wir hier mal ganz kurz auf die Orders schauen, gibt es Leute, ein Ethereum investiert. Und viele Leute machen ja an dieser Stelle ernst, ob es jetzt 800 Dollar ist, 600 Dollar. Aber wir haben zwischenzeitlich auch Leute gesehen, die vielleicht 5 Ether auch ausgegeben haben. Also es gibt die unterschiedlichsten Leute und sie wollen alle reich werden. Und das alles auch mit MemeCoin Projekte wie Pepe. Es gibt eine Sache und da möchte ich gerne auch nochmal euch dazu einweihen. Ich habe folgende Theorie. Ich habe diesen MemeCoin Markt immer vor mir. Und ich schaue mir diesen MemeCoin Markt an und sehe natürlich auch Projekte wie Shiba 2.0. Das siehst du jetzt vielleicht nicht. Aber Shiba 2.0, Doge 2.0 oder auch Floki 2.0. Und ich sortiere nach Swaps. Das bedeutet, ich gehe eigentlich von der Theorie aus, dass umso mehr Swaps bei einem Projekt gelistet werden, umso höher ist das Interesse nach diesem Projekt. Schauen wir natürlich auch das Volumen an dieser Stelle an. Bei Shiba 2.0 sehen wir, dass tatsächlich viele Swaps durchgeführt werden. Wir ein Volumen von 13 Millionen haben. Dieses Projekt vor 17 Stunden eröffnet worden ist. Und ich gehe davon aus, dass Börsen wie Maxi, KuCoin und so weiter dann auch solche Projekte in Zukunft auch listen werden. Und das wiederum in einem Superknall enden wird. Und das sehen wir ja jetzt schon bei Pepe 2.0 ebenfalls gelistet. Das Ding ist vor 9 Tagen erstellt worden. Und schon jetzt haben wir hier krasse, krasse Gains, die wir mitgenommen haben. Und das ist meine Theorie. Disclaimer an dieser Stelle. Nicht in MemeCoins investieren, weil das geht meistens immer schlecht und böse aus. Aber wie ist eigentlich deine Meinung? Schreib das mal gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Start in den Freitag. Ein wunderbares Wochenende. Sonniges Wochenende. Wir sehen uns. Mach's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.